Kirthoff ist eine Stadt im Norden des Vogelsbergkreises in Hessen. Durch die Stadt führt die Deutsche Märchenstraße. Geografie Die Stadt liegt an der Glien, einem Zufluss des Lahn-Nebenflusses Ohm im nördlichen Vogelsbergvorland. Die nördlichen, deutlich höher gelegenen Ortsteile Arnshain, Gleimenhain und Wahlen liegen unmittelbar an der Rhein-Weser-Wasserscheide, so dass manche Fließgewässer im Stadtgebiet auch über Antrifft und Wirat zur Schwalm entwässern. Klima der Jahresniederschlag liegt bei 707 mm und ist damit vergleichsweise normal, da er in das mittlere Drittel der in Deutschland erfassten Werte fällt. An 42% der Messstationen des Deutschen Wetterdienstes werden niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist der Februar. Die meisten Niederschläge fallen im Mai. Im Mai fallen 1,6 Mal mehr Niederschläge als im Februar. Die Niederschläge variieren kaum und sind sehr gleichmäßig übers Jahr verteilt. An nur 7% der Messstationen werden niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert. Kirthof grenzt im Norden an die Stadt Neustadt, im Osten an die Gemeinde Antrifftal, die Stadt Alsfeld und die Gemeinde Romrod. Im Süden an die Gemeinde Gemünden, sowie im Westen an die Stadt Hormberg und die Stadt Stadtallendorf. Die Stadt besteht neben Kirthof aus den Stadtteilen Arnzein, Gleimenhain, Heimatshausen, Lehrbach, Oberglin und Walen. Geschichte In einer Urkunde aus dem Jahr 917 tauscht der Abteilchow von Fulda mit einem Grammann seine Grundstücke, darunter alle Grundstücke zu Glänne, UBI Ecclesia Edificata EST, also zu Glänne, wo eine Kirche gebaut ist. Da Kirthof Sitz des Sendgerichts der Glienermark war, müsste seine Kirche älter als die der umliegenden Orte gewesen sein. Daher ist es naheliegend, dass mit Glänne der Ort gemeint ist, der die älteste Kirche in der Gemarkung hatte, also Kirthof ist gleich Kirchdorf. Jedoch ist eine letzte Klärung nicht möglich, so dass nie der kleine Heimatforscher die Urkunde auf ihren Ort beziehen. Bei dem Ortsteil Lehrbach befindet sich die Ruine der Burg Lehrbach aus dem 12. Jahrhundert. Ab 1205 gehört der Ort zur Abteil Fulda. Nach einer Urkunde von 1323 hatten die Grafen von Ziegenhain den Kirchsaß zu Kirchdorf. Zum Kirchengebiet gehörten etwa 40 Orte. Nachdem die Grafen von Ziegenhain ausgestorben waren, fiel Kirchdorf 1450 an den Landgraf von Hessen. Für die Orte außerhalb Kirchdorfs bestand keine alleinige Gerichtsbarkeit des Landgrafen, sondern gemeinschaftlich mit den Freiherren von Schenk. Die Stadtrechte können in das Jahr 1489 zurückdatiert werden. Am 1. April 1725 brannte die Stadt fast vollständig nieder, lediglich das Rathaus soll unbeschädigt stehen geblieben sein. Es wurde allerdings Ende des 18. J. abgebrochen. Das heutige Rathaus wurde nach einer Inschrift in einem Balken auf der Hauptseite 1791 erbaut. Die Efang-Kirche in Kirchdorf wurde nach dem Brand neu erbaut und 1731 eingeweiht. Im Großherzogtum Hessen gehörte Kirchdorf zunächst zum Amt Romroth, ab 1821 zum Landratsbezirk Kirchdorf und ab 1832 zum Kreis Alsfeld. Nach der Volkszählung von 1846 hatte Kirchdorf selbst 1232 Einwohner. Zum 31. Dezember 2007 betrug die Einwohnerzahl der Großgemeinde 3532 Einwohner und von Kirchdorf selbst 1417. Am 31. Dezember 1971 wurden die bisher eigenständigen Gemeinden Gleimenhain, Lehrbach, Oberglin und Wahlen eingegliedert. Ahrenshain und Heimershausen kamen am 1. August 1972 hinzu. Kirchdorf in den Schlagzeilen Im Jahre 2004 kam die Stadt Kirchdorf durch regelmäßige Neonazitreffen auf einem Bauernhof in die Schlagzeilen. Das ARD Magazin Kontraste hatte einen Filmbeitrag gezeigt, in dem rund 250 Neonazis der Kameradschaft Berserker Kirchdorf laut grölen judenfeindliche Lieder einer Neonaziband mitsangen. Da die Veranstaltungen in einem schalldicht isolierten ehemaligen Stallgebäude stattfanden und als privat deklariert waren, konnten sie nicht ohne weiteres durch die örtliche Polizei unterbunden werden. Im Jahre 2004 wurde auch das Aktionsbündnis gegen Rechtsextremismus Kirchdorf von Kirchdorfer Bürgern gegründet, dass es sich insbesondere zum Ziel gemacht hatte, die Neorechten aus der Stadt zu verbannen und derartige Großveranstaltungen fernzuhalten. Dessen ungeachtet fanden aber in den Folgejahren in Kirchdorf mehrere Zusammenkünfte statt, welche mit Geldstrafen geahndet wurden. In Kirchdorf fand auch die Feier zum 20. Geburtstag der Borussenfront statt, bei der auch die Band-Kategorie C auftrat. Inzwischen gilt Kirchdorf nur noch als früheres Mekka der Szene. Die Aktivitäten der Berserker sind mittlerweile nicht mehr öffentlich und das Personenpotenzial hat sich drastisch reduziert. Auch die Kirchdorfer Rechtsrockband Gegenschlag, welche einst ein großer Name in diesem Genre war, ist seit einiger Zeit in Aktiv. Politik Die Stadtverordnetenversammlung Kirchdorf zählt 23 Stadtverordnete. Die Kommunalwahl am 27. März 2011 lieferte folgendes Ergebnis. Städtepartnerschaften KILB Kultur und Sehenswürdigkeiten Ausstellungen Museum Kirchdorf Galerie Kunst in Kustall Bauwerke Historischer Marktplatz mit Rathaus Stadtkirche Kirchdorf Historisches Museum beim Rathaus Doktorhaus in Kirchdorf Schmerofen bei Kirchdorf Burgruine Lehrbach Schmidthof mit der Historischen Waldmühle in Lehrbach Kirschbrücke in Lehrbach Kirchenruine Volkertshein bei Lehrbach Schmidts Historischer Hof Gleimenhain Kirche Oberglin Badehaus Kirchdorf Knick der B62 an der Einmündung Neustädter Straße Kirchenstumpf der Wüstgegangenen Ortschaft Volkertshein Doktorhaus Schmerofen Museum Kirchdorf Stadtkirche Orgel und Alter Wirtschaft und Infrastruktur Durch die Stadt führt die Bundesstraße 62 Einbahnanschluss oder eine direkte Autobahnanbindung fehlt Die Bußanbindung erfolgt durch die VGO-Linien VB11, VB12 und VB13 Kirchdorf verfügt über einen Windpark mit vier Windkraftanlagen vom Typ DeWin D6 mit 1000 kW in Leistung, 68,5 m Turmhöhe und 62 m Rotordurchmesser, die 2001 in Betrieb gingen. Eine dieser Anlagen die D6077 bei 50 Grad 45 Minuten 40 Sekunden Nord 9 Grad 5 36,6 O stürzte am 18. Juni 2011 ein Söhne und Töchter der Stadt, Hermann August Eitmann, Zoologe und bedeutender Entomologe, Adolf Kohlpfarrer, Politiker und Minister für Arbeit und Wirtschaft des Volksstaates Hessen, Hauke Lang, Chirurg und Hochschullehrer. Sven Akel Lang, Chirurg und Hochschullehrer, Uwe Lang, Gynäkologe und Hochschullehrer, Konrad Christoph von Lehrbach, Ritter des Deutschen Ordens, Ludwig Konrad Graf von Lehrbach, Kriegsminister und ab 1796 Hofkommissär in Tirol unter Kaiser Franz II.